So, so, die Stimme ist immer noch weg, die Stimme ist immer noch kaputt, ich rieche nichts, ich schmecke nichts, egal. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr müsst mal zusammenzählen, wie oft im Jahr ich krank bin und einfach komplett lost. Also lost vielleicht immer, krank ab und zu. Heute hat ein neues Event begonnen. Ab 10 Uhr, wenn ihr mal in euren Spezialtab reinschaut, auf der rechten Seite seht ihr eine weitere Meisterwerkforschung, bei der ihr am Ende einen Meisterball bekommt. Da habt ihr unendlich Zeit für, das streckt sich auch ein bisschen, die ist ein bisschen kniffliger, ein bisschen langwieriger. Da müsst ihr auch mindestens eine Woche dran sitzen, weil auch Aufgaben dabei sind, wie hier jeden Tag ein, weiß ich nicht. Ich habe mir die Aufgaben gar nicht angeguckt, aber irgendwie ist da sowas drin, das weiß ich aber nicht genau was. So, das ist neu, da gibt es ein paar Eventboni, über irgendwelche Spawns, sonst was, weiß ich nichts. Raids hat sich gerade auch nichts geändert, der Raidpostwechsel ist ja am Donnerstag. Jetzt wurde aber angekündigt, das nächste Event, das Ultradimensionswunder-Event, mit den Debüts von Agoyon, Muramura und Koblosio. So, was auch angekündigt wurde, Negrotzma, Abendmähne und Morgenschwingen, fusionierte Pokémon, aber das ist schon wieder so ein großes Thema, weil es da zwei Beiträge gibt, das werde ich in einem extra Video mal behandeln und ist erst zum Go-Fest präsent. Das hat noch ein bisschen Zeit, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das nächste Event, Ultradimensionswunder. Die letzten Events waren ja sowieso eher ruhig. Es gab zwar vereinzelt Showcases, aber es gab gar keine Tickets. Es gab so gut wie keine Tickets, keine Ticket-Forschungen. Das kennst du gar nicht mehr. Das ist aber anders, denn hierfür wird es auch wieder ein Ticket geben. Ein Ticket, wo ich wieder denke, wenn ich das kriege, dann freue ich mich. Da sind nämlich Pässe drin, die ich für das Go-Fest nutzen möchte. Andere Tickets wären Quatsch gewesen, hättest du gar nicht gebraucht. Was ist das jetzt aber alles? Und die Frage natürlich nochmal, was kommt wo? Koblosio ist ja hier dieser bunte Clown, der auch das Kanal-Maskottchen ist. Die Community meinte, habe ich so rausgehört, dass Koblosio nicht bei uns ist. Dass wir wohl Muramura bekommen, diesen fetten Klotz. Ich muss sagen, diesen fetten Klotz finde ich genial. Wenn der bei uns ist, finde ich das richtig cool. Ich würde versuchen natürlich, Raids für Zuschauer auch irgendwie mal hinzubasteln, damit ihr auch die Chance habt auf das Koblosio, auf das andere. Was ist das aber, was da noch rumfliegt? Argoion. Das ist eine Weiterentwicklung von einem Pokémon, was ihr alle jetzt haben müsstet und noch gar nicht entwickeln konntet, aber dann entwickelbar ist. Ihr geht einfach mal runter, lesen euch mal vor. Ultradimensionswunder. Ab Donnerstag, den 23. Mai. Heute ist der 14.05. Donnerstag, 23. Mai, 10 Uhr bis Dienstag, 28. Mai, 20 Uhr. Ultradimensionswunder. Argoion wird eingeführt. Das Gifton-Pokémon-Argoion wird in Pokémon Go eingeführt. Ab diesem Event könnt ihr Venigro zu Argoion entwickeln. Ihr müsstet zwei Venigro haben. Manche haben vielleicht gar keins. Ich habe zwei. Danke nochmal an die... Warte mal, das kam, glaube ich, aus einer kostenlosen Forschung, die jeder hatte. Wenn mich nicht alles täuscht. Ab dem Event kann man Venigro auf jeden Fall weiterentwickeln, wenn man 200 Venigro-Bonbons benutzt und es als Buddy anpackt, um dann 20 Drachen-Pokémon zu fangen. Ist also ein bisschen kompliziert. 200 Venigro-Bonbons, wie kommst du da denn ran? Jetzt ist bei den Vergangenen, das war, glaube ich, die komplette Jahreszeiten-Forschung, die jetzt drei Monate lang dann angedauert hat, war ja Begegnung mit Venigro drin. Da gab es auch Venigro-Bonbons. Und ein Teil steht ja noch aus, die allerletzte Seite. Und da bekommst du, glaube ich, auch nochmal Venigro-Bonbons. Das heißt, du müsstest theoretisch dann 200 zusammen haben, schon allein, nur durch die normalen Forschungen. Ohne, dass du Sonder-Bonbons investierst. Ohne, dass du damit laufen musst oder so. Dann haben wir Muramura erscheint. Das Steinmauer-Pokémon Muramura. Muramura gibt sein Debüt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 in der östlichen Hemisphäre. Sind wir da Osten? Koblosio gibt sein Debüt in der westlichen Hemisphäre. Wo ist da die Linie? Wo ist da die Trennung? Ich weiß es nicht. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, kriegen wir die Mauer. Und die anderen kriegen den Klon. Event-Bonus. Doppelte EP für gewonnene Raid-Kämpfe gegen Ultra-Bestien. Das ist ja schön. Ich würde sowieso, weil es neu ist, weil es frisch ist, wohl jeden Tag meine zwei Raid-Pässe dann für die Mauer raushauen. Solange wir jetzt noch doppelte Raid-Pässe dann haben. Wilde Pokémon. Natürlich gibt es auch wieder wilde Pokémon. Eins ist sogar das erste Mal als Shiny da, und zwar Castella. Ansonsten habt ihr Rethan, Zubat, Tentara, Smogon, Skungapu, Klippungel, Unratütox, Algit, Castella mit etwas Glück, Dratini. Von all den Pokémon finde ich eigentlich Dratini am coolsten, aber ist halt auch schon so oft da gewesen und ist für mich eigentlich kein Bedarf. Castella, ja, für GBL interessant, neu als Shiny verfügbar. Da werden ein paar Leute sich draufstürzen. Ansonsten Unratütox gibt es ja, glaube ich, auch ganz viel Staub. Da werden sich Leute draufpacken. Für mich ist aber, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, nichts interessant, bis auf Dratini, aber das mittlerweile jetzt ja auch nicht mehr. Was ist euer Favorit darunter? Vielleicht Zubat, weil der so schön nervt? Schreibt es mal rein. Gut, ein paar Gli-Bungel-Bonbons bräuchte ich noch, um einen Gli-Bungel zu maxen, aus einem besonderen Grund. Das werdet ihr aber irgendwann mal erfahren. Wilde Pokémon, also hauen mich jetzt nicht um. Raid-Kämpfe. Raids der Stufe 1. Paldea Felino. Ja, ja, ein Seaday. Hisui Baldorfisch. Ja, okay. Hisui Sneebel. Sehr cool für die meisten. Kind Wurm und Kapuno. Sind auch zwei starke, interessante, mächtige Pokémon, die aber auch schon ihren Seaday hatten. Raids der Stufe 3. Galas Mockmock. Der ist relativ selten. Der ist auch nicht so oft da. Wenn dann auch immer nur in Raids gewesen, glaube ich. Shadrago, Tordonator. Auch nur in Raids. Aber waren meiner Meinung nach öfter da als Galas Mockmock. Also Raids Stufe 3 sind an sich interessant. Weil das richtige Pokémon sind, die nur in den Raids erscheinen. Und ansonsten habt ihr die wahrscheinlich verpasst. Wer die nicht verpasst hat, jagt vielleicht noch Shinies. Ich finde bei den Raids eigentlich Kind Wurm, Kapuno cool. Aber, joa, Kapuno, Kapuno Bonbons. Aber darf er Raids machen? Ne, die mache ich ja schon mit der Mauer. Dann haben wir ja eben die Mauer und den Klotz. Äh, den Klotz und den Klon. Östlich und westlich. Und in Mega Raids gibt es Mega Tauboss. Da ich aktuell ein 100er Tauboss erlöst habe. Und das noch auf Stufe 3 bringen möchte. Als Mega-Pokémon. Kommt mir das ganz recht? Da mal ein oder zwei Raids zu machen, um ein bisschen Energie zu haben. Das täglich zu entwickeln. Pokémon bei Feldforschungen. Es gibt Event-Feldforschungsaufgaben. Am Ende gibt es Nidoran, männlich. Nidoran, weiblich. Unrat, Hütogs, Garzdella. Mit etwas Glück auch Viscora und Miniras. Viscora, sehr schönes Shiny. Miniras wird ja auch als Shiny eingeführt, aber hier noch nicht. Trotzdem sehr selten. Und Gastella, wie gesagt, neu. Unrat, Tütogs, viel Staub. Nidoran, männlich, weiblich. Ja, vielleicht auch wieder GBL. Spezialforschung zu weltvoller Wunder. Steht jetzt auch hier da, dass es dann den letzten Teil der Forschung Welt der Wunder gibt. Da gibt es dann auch EP, Sonderbonbons, mysteriöse Teile und Winikro-Bonbons. Plus Event-Pokémon. Das heißt, hier müsstet ihr die fehlenden Bonbons kriegen, damit ihr euer Winikro dann auch entwickeln könnt. Dann diese kostenpflichtige, befristete Forschung. Für die habt ihr halt nicht ewig Zeit. Die müsst ihr ja vor dem 28. Mai auch abgeschlossen und abgeholt haben. Die finde ich aber gut. Ich selber kaufe mir ja nichts. Aber es gibt ja viele Leute, die immer Tickets verschenken oder so oder irgendwelche Forschungen. Und da sind vier Premium-Kampf-Rate-Pässe drin. Da ist ein Glücksei drin. Eine Begegnung mit, äh, Begegnungen mit Castella, was ja neu als Shiny da ist. Und Aguillon-Flügel für den Avatar. Flügel interessieren mich eigentlich nicht. Glücksei brauche ich eigentlich auch nicht. Ich würde mich über die Castella, vielleicht Shiny freuen, ja. Und natürlich über die vier Rate-Pässe. Ich brauche ganz viele Rate-Pässe für das Go-Fest in Gera. Also für 5 US-Dollar könnt ihr euch das holen oder verschenken. Ist es das wert? Vier Pässe sind vielleicht 4 Euro und der Rest, naja, muss mal gucken. Dann hier wieder Web-Store. Interessiert nicht. Sammler-Herausforderungen gibt es wieder im Heute-Tab. Also links. Heute-Tab ist auch wieder jetzt in der Mitte. Ach, keine Ahnung. Sammler-Herausforderungen könnt ihr wieder machen. Euer Level da steigern, die Medaille steigern. Gibt es auch EP. Mehrere Castella aus der Sammler-Herausforderung. Neue Avatar-Artikel. Die Aguillon-Jacke. Die Aguillon-Hose. Pokestop-Showcases mit Pokémon aus dem Event. Ich hoffe, dass wirklich bestimmte Pokémon dort stehen. Und nicht einfach nur das größte Gift-Pokémon und jeder setzt wieder ein legendäres rein. Und das war's. Ich finde es schöner, wenn das von den wilden Pokémon, die in dem Event erscheinen, daraus dann was gemacht wird. Also, interessant. Mal ganz frische neue Raid-Bosser, die wir noch gar nicht hatten. Für mich ein bisschen Mega-Energie, für Mega-Tau-Boss noch. Möchte ich auf Level 3 nochmal machen. Dann schmeiße ich das andere weg. Dann ist das Hunderter irgendwann auf Level 3 oder so. Anlöste Hunderter-Mega-Level 3. Das ist so ein kleines Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe mittlerweile. Ich brauche ja trotzdem Ziele auf dem Habanero-Account. Und ansonsten dann was Neues entwickeln. Aufs Ticket hoffen. Da ein Video wieder zu machen, was für Aufgaben in der Forschung drin sind. Denn momentan versuche ich mich ein bisschen zurückzuhalten mit Videos. Vor allem von Sachen, die sowieso jeder selber hat. Aber so ein Ticket, was nicht jeder hat, möchte ich dann gerne natürlich wieder zeigen. So, wie sieht es bei euch aus? Wie findet ihr das Event? Was sind eure Ziele? Habt ihr Bock? Schreibt es mir rein. Peace out for out. Euer Ramses. Ciao.